So, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger zu Hause vor den Fernsehbildschirmen. Wir befinden uns bekanntlich aufgrund der Corona-Pandemie in einer sehr schwierigen, eigentlich so noch nie dagewesenen Situation für die Bundesrepublik Deutschland und ihre Bürgerinnen und Bürger. Das gilt für die gesundheitliche Situation. Es gilt für die familiäre und die soziale Situation. Und es gilt natürlich auch für die wirtschaftliche Situation. Weil wir der Gesundheit aller unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger den höchsten Stellenwert einräumen. Wir möchten, dass alle Menschen, egal welcher Alters- oder Einkommensklasse sie angehören, über den höchstmöglichen Schutz verfügen. Haben wir eben neben Ausgangsbeschränkungen für die Bevölkerung auch Einschränkungen für die Wirtschaft angeordnet. Sie können das sehen. Sie können feststellen, dass viele Geschäfte in ihrer Umgebung geschlossen sind. Sie können feststellen, dass alle Restaurants geschlossen haben. Sie können sehen, dass viele Unternehmen nicht mehr wie üblich jeden Tag arbeiten, oft im Schichtbetrieb, sondern Kurzarbeit angeordnet haben oder ihre Arbeitstätigkeit ganz eingestellt haben. Ich möchte mich zunächst einmal bei allen Bürgerinnen und Bürgern ganz herzlich dafür bedanken, dass sie mit so großer Disziplin und mit so viel Gemeinschaftssinn diese Situation bewältigen. Ich bin zutiefst beeindruckt und gerührt, wenn ich sehe, wie sehr die Menschen zusammenstehen und wenn ich sehe, wie sehr alle verstanden haben, dass die Disziplin zum jetzigen Zeitpunkt, das Mitmachen bei den Kontaktbeschränkungen, bei dem Eindämmen der Infektionsgefahren, die Voraussetzung dafür ist, dass es dann auch eines Tages und hoffentlich in nicht allzu feiner Zukunft wieder besser wird. Aber weil das so ist, ist es eben so, dass auch die Wirtschaft, unsere Wirtschaft, von erheblichen Folgewirkungen betroffen ist. Es handelt sich um eine Pandemie, das heißt um eine Epidemie, die weltweit ihre Wirkungen zeitigt. Und das bedeutet, dass international und global viele Lieferketten unterbrochen sind. Dass wichtige Vorprodukte, die wir brauchen, um Waren und Güter in Deutschland herzustellen, nicht nach Deutschland gelangen. Es bedeutet auch, dass viele Exportwaren, die wir für andere Länder produzieren, im Augenblick nicht abgenommen werden können. Und dass die Auslandsnachfrage in vielen Bereichen eingebrochen ist. Und es ist so, dass der Inlandskonsum, der in den letzten Jahren immer die Stütze unserer Wirtschaftsentwicklung war, durch die Pandemie und ihre Bekämpfung weitestgehend oder in vielen Bereichen eingeschränkt oder zum Erliegen gekommen ist. Und das bedeutet, dass sich viele Sachverständige, Institute, Wirtschaftsforscher Gedanken darüber machen, wie es mit unserer Wirtschaft weitergeht, worauf wir uns einstellen müssen. Es gibt viele unterschiedliche Zahlen. Es gibt viele Menschen, die sich die Frage stellen, was denn glaubhaft ist und was wirklich zu erwarten ist. Und deshalb möchte ich in meiner Verantwortung als Bundeswirtschaftsminister Ihnen eine Einschätzung geben. Wohl wissend, dass auch diese Einschätzung davon abhängig ist, wie lange die Ausgangsbeschränkungen und die angeordneten Maßnahmen am Ende tatsächlich dauern, wie lange es dauert, bis die Maßnahmen eine gute Wirkung zeigen und wann wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Lassen Sie mich die Situation wie folgt zusammenfassen. Erstens. Wir müssen mit tiefen Einschnitten beim Wirtschaftswachstum in diesem Jahr rechnen. Die ersten beiden Monate waren gut. Die Wirtschaft ist im Januar gewachsen und auch für den Februar haben wir positive Zahlen. Aber dann im Monat März hat sich die Krise zum ersten Mal bemerkbar gemacht. Im Monat April in besonderer Schärfe und im Monat Mai werden wir wahrscheinlich den Höhepunkt der Eingriffe und der Einschnitte erwarten können. Wir gehen davon aus, dass in einzelnen Monaten im ersten Halbjahr das Wirtschaftswachstum um mehr als 8% einbrechen kann. Wenn man sich dann vor Augen hält, dass wir die Hoffnung nach wie vor, die begründete Hoffnung haben, dass das Wirtschaftsgeschehen sich im Laufe des Jahres wieder normalisiert, dann können wir davon ausgehen, dass wir am Ende des Jahres eine schlechte Wirtschaftsbilanz trotz allem haben werden. Aber vielleicht nicht so schlecht, wie sie von einigen im Augenblick befürchtet wird. Um es klar und deutlich zu sagen, ich persönlich glaube, dass die Einschnitte jetzt in den nächsten drei Monaten etwas tiefer und etwas weitgehender sein werden als noch vor Wochen vorausgesagt. Ich glaube aber auch, dass die Chance besteht, dass die Weltwirtschaft und damit auch die europäische und die deutsche Wirtschaft in dem zweiten Halbjahr wieder Tritt fassen können. Zweitens, diese Einschnitte, von denen ich gesprochen habe, werden aller Voraussicht nach mindestens so stark, wenn nicht sogar stärker sein als bei der Banken- und Börsenkrise in den Jahren 2008, 2009. Damals ist unsere Wirtschaft um 5% in einem Jahr geschrumpft. Wir werden davon ausgehen müssen, dass diese Zahl möglicherweise nicht nur erreicht, sondern auch überschritten werden kann. Es wäre unverantwortlich, an dieser Stelle eine konkrete Zahl zu nennen, aber ich gehe davon aus, und das stützt sich auf meine Gespräche auch mit vielen Wirtschaftswissenschaftlern, dass wir etwas oberhalb dieser Zahl am Ende des Jahres rauskommen können und dass wir dann im nächsten Jahr auch wieder die Aussicht auf ein vernünftiges Wirtschaftswachstum haben. Das bedeutet, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir nach zehn guten Jahren des Wirtschaftswachstums in diesem Jahr erstmals wieder eine Rezession erleben werden. Es ist die erste seit dem Jahre 2009, und wir möchten, dass sie eine Vorübergehende bleibt. Wir möchten, dass sie so schnell wie möglich überwunden wird, und wir möchten, dass unsere Wirtschaft gestärkt aus dieser Krise hervorgeht. Das ist der Grund, warum wir in kürzester Zeit als Bundesregierung gemeinsam mit dem Parlament über Fraktions- und Parteigrenzen hinweg große Hilfspakete geschnürt haben, in noch nie dagewesener Höhe. Wir haben rund anderthalb Billionen Euro an Garantien und Zuschüssen bereitgestellt für Kredite, Eigenkapital und eben auch verlorene Zuschüsse. Wir versuchen, an alle zu denken und die Not dort zu lindern, wo sie aufgrund eigener Initiative nicht bewältigt werden kann. Wir haben für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer großzügige Regelungen zum Kurzarbeitergeld vorgesehen. Dadurch ersparen wir Millionen von Menschen den Gang in die Arbeitslosigkeit. Damit ermöglichen wir auch, dass sich Betriebe, die jetzt in der Krise wenig oder gar keine Umsätze mehr haben, insolvent melden und aus dem wirtschaftlichen Geschehen ausscheiden müssen. Wir haben für kleine Selbstständige, die alleine sind, die wenige Mitarbeiter haben, insgesamt nicht mehr als zehn, ein Programm von rund 50 Milliarden Euro an Zuschüssen bereitgestellt, damit Mietzahlungen geleistet werden können, damit laufende Geschäftskosten getätigt werden können, damit die Unternehmen nicht ihre Menschen entlassen müssen, weil sie für einige Wochen oder Monate keine Aufträge haben. Es handelt sich insgesamt um zehn Millionen Arbeitsplätze in diesem Bereich. Wir haben darüber hinaus Programme für Mittelständler mit mehr als zehn Beschäftigten. Wir haben Programme für Unternehmen mit einigen Hundert und einigen Tausend Beschäftigten. Wir haben Programme auch selbstverständlich für größere Unternehmen, denn wir wollen, dass sie alle auch in Zukunft einen Beitrag zu unserem Wohlstand leisten können. Steuerstundungen, Kurzarbeitergeld, Programme, alles ist nicht nur in Rekordzeit verabschiedet worden, es ist auch bereits angelaufen. In Nordrhein-Westfalen sind bereits über 250.000 Anträge von den Behörden genehmigt worden, im Land Berlin über 100.000. Und das zeigt, dass es eine große Bereitschaft gibt zu helfen, dass wir wollen, dass die Hilfe vor Ort ankommt. Und ich möchte Sie auch ermuntern, wenn Sie feststellen, dass es in Ihrem Umfeld nicht funktioniert, dann sagen Sie uns das. Informieren Sie uns über unsere Hotline oder per E-Mail, auf welchem Weg auch immer, damit wir nachschauen können, woran es liegt, damit wir für Abhilfe sorgen können. Nicht alles wird vom ersten Tag an reibungslos funktionieren können. Auch Regierungsstellen und Behörden werden geführt und geleitet von Menschen. Und Menschen machen Fehler. Aber alle sind motiviert, ihren Dienst zu tun und ihre Arbeit so gut es irgendwie geht, trotz dieser Herausforderung zu bewältigen. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen wir alle, dass wir nach Überwindung der gesundheitlichen Pandemie-Krise durchstarten können. Dass unsere Wirtschaft wieder auf die Beine kommt, dass neue Arbeitsplätze geschaffen, Menschen eingestellt werden, dass dann auch irgendwann die Löhne wieder steigen können und die Wirtschaft wieder wächst. Und dafür, meine Damen und Herren, werden wir nicht nur die Hilfspakete brauchen, die wir geschnürt haben. Dafür brauchen wir ein Fitnessprogramm, dafür brauchen wir ein Konjunkturprogramm, an dem wir in der Bundesregierung gemeinsam arbeiten. Ich kann Ihnen versichern, dass ich mit meinen Kollegen, mit dem Bundesfinanzminister, mit dem Bundesgesundheitsminister, dem Innenminister, der Verteidigungsministerin, dem Verkehrsminister, der Justizministerin und vielen anderen unter der Leitung der Bundeskanzlerin eng und vertrauensvoll zusammenarbeite. Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt für kleinkarierten Streit und Rechthaberei. Es ist der Zeitpunkt, zusammenzuarbeiten. Es ist der Zeitpunkt, zu liefern. Und das wollen wir gemeinsam tun. Ich wünsche Ihnen viel Stärke und viel Kraft. Und ich wünsche Ihnen in wenigen Tagen, trotz aller Einschränkungen, auch ein Osterfest, das Ihnen die Gewissheit gibt, dass wir ein Land sind, wo Menschlichkeit großgeschrieben wird, gerade auch in Zeiten der Krise. Vielen Dank. Vielen Dank.